Herzlich Willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Isomatten. Das High-End-Produkt in unserem Isomatte-Test geht an die Closed Nature Isomatte. Closed Nature Isomatte Camping Selbstaufblasen bietet ein ideales und bequemes Schlafen mit dem Kissen. Diese aufblasbare Campingmatratze ist mit einem vergrößerten Ventil ausgestattet, das ein schnelles und einfaches Aufblasen und Entleeren ermöglicht. Die faltbare Isomatte wiegt nur 1,8 kg. Offene Größe 190 x 60 x 5 cm, gerollte Größe 34 x 20 x 20 cm. Es ist kompakt, etwa so groß wie eine Rugbyball, sodass Sie es problemlos überall hin mitnehmen können. Diese Campingmatratze Selbstaufblasen verwendet eine 5 cm dicke Memory-Schaumpolsterung in Kombination mit hochatmungsaktiven, wasserdichten Stoffen für eine selbstaufblasende Premium-Selbstaufblasende Outdoor-Thermomatte für den Außenbereich. Das Snaps-Design ermöglicht es, dass beide Seiten der Schaumstoff-Isoliermatte mit einer Doppel-Isomatte verbunden werden können, bietet einen geräumigeren und stabileren Schlafplatz. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Blufer Isomatte. Blufer Camping Isomatte besteht aus 40 D-Nylon mit TPU-Beschichtung, um die Reißfestigkeit zu erhöhen, Sie müssen sich keine Sorgen um Luftblecks machen. Mit einer Dicke von 10 cm können Sie bequem auf harten Felsen, schroffen Böden und unebenen Oberflächen schlafen. Kein Aufblasen mehr mit dem Mund oder das Tragen einer Pumpe Ausgestattet mit integrierter Pumpe, einfach stampfen oder drücken, um innerhalb weniger Sekunden aufzublasen, erhalten Sie eine 200 x 70 x 10 cm Matratze. Für ein minimales Packmaß und maximale Leistung bietet unsere Isomatte die große Auswahl an leichtem Komfort. Wird mit einer Tragetasche geliefert, die sich leicht zusammenfalten lässt, um die Komprimierbarkeit zu erhöhen und das Packmaß zu minimieren. Die kompakte Schlafmatte passt perfekt in ein Zelt, einen Stuhl oder eine Hängematte, unter in Ihren Schlafsack, auch für den Heim- und Bürogebrauch geeignet, Sie können sowohl ein gemütliches Freizeitleben verfolgen drinnen und draußen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Isomatte-Test ist die Carvipark Isomatte. Es wiegt nur 530 Gramm, Sie können diese Matte zu einer erstaunlichen Größe von 24 x 10 cm in der Aufbewahrungsbeutel komprimieren. Komfortabel mit Kissen Zwei-in-eins-Design, Schlafmatte und Kissen verbinden sich, platzsparend, mehr konvenient. Die Luftzellenkonstruktion stützt Ihren Körper vom harten Boden weg. Schnelles Aufpumpen und Auslassen Carvipark Isomatte verwendet ein einzigartiges Aufblasventildesign, das das Aufpumpen einfach und schnell macht. Mit einer Luftpumpe ist die Anwendung einfacher und die Luftschlafmatte kann in wenigen Sekunden gefüllt werden. Es besteht aus 40D-Nylon-Material, das reißfester ist und eine starke Belastbarkeit aufweist. Es kann für Camping, Wandern, Überstunden und sogar in der Freizeit verwendet werden und macht Ihre Indoor-Erholung und Outdoor-Sportarten bequemer und komfortabler. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.